Oh mein Gott, das war der beste Play ever! Da kommt der dritte! Ciao da ganz tief, was geht? Euer Scooby am Start und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der erste Win in Warzone Solo ist da. Ich war ein bisschen aufgeregt, vielleicht wird es ein bisschen laut. Deshalb 10% weniger Volume. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt sind es zwei über mir. Alter. Jetzt ist der eine schon mal dead. Der hat doch einen größeren Rucksack, oder nicht? Wieso kann ich mir den Rucksack nicht nehmen? Den Rucksack kann ich mir nicht nehmen, ne? Ja, irgendwer war hier gerade auf jeden Fall noch unter mir. Wahrscheinlich er. Nicht runter gehen, komm nochmal zurück. Hätte er sich mal nicht hingelegt. Nur noch 25 übrig. Weiter so. Verwacht. Ja, wobei bisher mit dem Herzschlag-Sensor, der hat mich eher abgelenkt als geholfen. Was habe ich denn drin hier? Teuschi. Teuschi auch nicht verkehrt? Komme ich hier hoch überhaupt? Tatsächlich. Noch eine Karre? Rechts von mir ist eine ausgestiegen. Ich habe hier halt gar keine Deckung, ne? Alter, das ist ein beschissener Spot. Ich habe ein Felsen. Oh, ich glaube, der ist nicht mal drin. Alter, das war hier, wo wir eben waren. Neue Sicherheitszone wird markiert. Kurz Konzentrat. Ach du Scheiß, okay. Im Haus ist einer vor mir. Links ist einer close. Was haben wir hier? Bombendrohne. Komm, eine schnelle geht. Ja, auf jeden Fall einer vor mir. Ziel markiert. Erbitte Feuermission. Hier, Longbow 3-1. Zieler fahren. Angriff auf Halt. Das ging daneben. Kein Treffer. Geh in diese Richtung. Ja, das war dieselbe Zone wie eben. Sorry, Homie. Ist mir wirklich leid. Kein Scheiß jetzt. Oh mein Gott. Das Gas reitet sich aus. Noch nicht. Noch nicht. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Mein erster Sieg in One Zone. Fuck, was ist passiert? It's the crew. Wo seid ihr? Alter, ich hab echt einen Solo-Win geholt. Ich bin gar nicht so schlecht, oder? Geil. Wir haben den ersten Win. Ey. Hammer. Hammer nice. Hammer nice. Digga, Self-Revive hat mir komplett den Arsch gerettet. Er war halt hinter mir. Ja, das war ja Sekunden. Oh, geil. Richtig geil. Hammer. Ey, es macht wirklich Spaß. Es macht echt Spaß. Bonus-Clip. So, da sind wir wieder. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Da ist das Ding. Wer hat mich jetzt tops genommen, ist die Frage. Nice. Ach, ich hab sogar die Waffen aus dem Gulag. Dann muss ich den jetzt halt wegflexen, da. Oh mein Gott, das war der beste Play ever. Ah, ich hab doch mit dir... Oh mein Gott, was passiert hier? Digga, wenn Drölf sich streiten, dann freut sich der Skuhi, Alter. So sieht es nämlich aus hier. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Digga. Alter, wie elviziko war das denn jetzt bitte? OMG. Ja, können wir hier noch irgendwie was? Keine Ahnung. NOT SPECTUR. NOT SPECTUR. NOT SPECTUR. NOT SPECTUR. Take care. not SPECTUR. END PIECE. 對 M over Nose. jump coco at you. is in the first place and I'll stop to set my eye out! What effect makes me feel. Is this a very moment I need to make myself love. I believe you if you don't like my Fly I Shay are stays mature.